Hallo Ladies und Gentlemen, ich bin's wieder aus Berix und das ist ein kleines Showcase zu Dragon Ball Fighter Z, die Open Beta, die vom 14. Januar bis zum 16. Januar, sprich bis morgen geht. Und das hier ist eine kleine Nachvertonung oder Nachsynchronisation oder ein kleiner Text, bevor es richtig losgeht. Und zwar habe ich mein Razer Headset benutzt, um die Kämpfe, um quasi das ganze Gameplay aufzunehmen und die Qualität von dem Mikrofon ist halt echt nicht gut. Man hört halt viel Gerausche und viel Pusten und Pusten und alles und das ist halt echt scheiße. Deswegen bekommt ihr jetzt von mir ein paar kleine Infos zu dem Game, bevor ich die Fights ablaufen lasse, die ich gemacht habe online. So, die Open Beta kommt mit verschiedenen Modis. Und zwar hat man die Möglichkeit einen Trainingsmode zu machen, Ranglistenmatch sowie Lobbymatches und einen Replayraum, wo man sich Fights angucken kann. Das war es eigentlich auch und das Spiel kommt mit ganzen elf Charakteren um die Ecke. Und zwar sind spielbar Nappa, Super Saiyan 1, Vegeta, Super Saiyan 1, Son Goku, Piccolo, Krillin, Cell, C18, Vegeta, Berus oder wie auch hier geschrieben wird, Bills, Kid Buu und Son Gohan. So, das war es eigentlich auch, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die schlechte Mikroqualität während der Kämpfe. Aber ja, ich hoffe, ihr habt dennoch viel Spaß dabei. So, keine großartigen Worte mehr. Let's go! Oh yeah, let's go! Okay, let's go! Oh shit, okay. Okay, 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 okay. Ich muss erstmal, ich muss, ich muss erstmal. Jetzt bin ich dran! Oh, let's go! Oh nein. Nice. Oh, dicker Block, dude. Jetzt, C18! Oh nein! Oh shit! Oh ho ho! Oh nein, was hab ich gedrückt? Erstmal fette, falsche Kopf. Oh nein! Oh nein! Egal, konnte ich noch super blocken eigentlich. Aber ich muss noch Richtung Fernseher drehen, weil über PS4 Remote laggen die Kampfspiele, was irgendwie voll öde ist. Gott sei Dank, dass es mein Fernseher groß gibt. Dass ich von meinem Stand aus da hingucken kann. So, ich versuche, äh, meine Level 3 jetzt zu verlinken bei ihm. Okay, nice. Äh. Los, greif an, du bitch. Alles klar, kein Ding. Oh nice! Jetzt! Oh nein! Shit, egal. Der ist down, der ist down, der ist down, der ist down. Der ist down, den nehmen wir, den nehmen wir. Oh, das Spiel ist so schnell. Das ist kein Ding. Oh! Oh, vielleicht sitzt er, vielleicht sitzt er, vielleicht sitzt er. Ja, okay, okay, okay. Schön. Oh shit! Oh nein! Oh ja! GG, Alter. Ah shit! Ah shit, 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 shit! Switch! Will WG da nicht verlieren? Nein! Ah! Okay, also anscheinend die Russlands vielleicht, äh, unblockable. Oh nein, okay. Ich weiß nicht Bescheid. Link, der, link, der, link, der. So eine Scheiße! Yo! Oh, das Spiel ist großartig. Das ist kein Ding, das ist kein Ding. Nein! Wieso schmeißt du den sofort nach oben, meine Mieter? Äh, ich sag, oh Gott. Oh! Oh, oh! Bescheidert! Oh, oh, oh! Down! Alles klar, sieht eigentlich ganz gut aus für mich. Ich hab nämlich noch alle drei, meine, 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 meine drei Fighter sind noch alle am Start. Hö! Oh, oh! Ah, wie blöd das ist! Ich muss aufhören, äh, die ganze Zeit Fierk zu mashen, um die, da werden die auch nicht die ganze Zeit wegschmissen. Nein! So ein Gucke! Oh, shit! Nein! Ich will wenigstens mit einer Level 3 mit dir treffen. Oh, nein, ich hatte doch die Möglichkeit gehabt, aber ich hab den Falsch-Knapp gedrückt! Nein! Und ich hab schon wieder versaut. Oh, Gott. Oh, das ist ein Level 3er, aber ich blocke. Boah, Trip-Damage ist einfach gleich nicht vorhanden in dem Game irgendwie. Das ist kein Problem, das ist kein Problem. Jetzt bin ich dran. Ah, shit! Okay, Sangeku macht das schon. Okay, 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 okay. Okay, okay. Oh, scheiße. Startet der Dude jetzt ein Comeback? Oh, 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 shit! Okay, okay, okay. Nur, weil ich unbedingt Level 3 machen will. Äh, äh, tu, irgendwas anderes. Oh, Gott. Er versorgt das voll. Ich hab auch... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh gut kommt jetzt will ich jetzt will ich auch geworden es ist auch schnauze aussteckt und abgültig wieder Vegeta! Ah nein! Oh damn damn shit! Wunderful! Oh, 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 oh! Sweet! Ah! Hilfe! Hilfe! C18 fliegt einfach mal fett mit ihrer Fresse da rein! Oh nein! Oh, danke C17! Das ist auch eine sehr großartige Hilfe, du! Oh, jetzt! Bitte link, bitte link! Yes! Level 13, 18! Grützer! Gut, das Spiel ist nicht so großartig! Oh! Ah, damn! Ah! Potato! Ah, shit! Nein, nein, nein! Oh! Oh! Shit! Oh nein! Diese Rushdown, scheiße! Kliff der? Oh ja, oh ja, der hat gekroffen! Oh mein Gott! Oh, der, der, der's mad, der Dude! Oh! Hier, den schenke ich dir, Mann! Ah, shit! Ah! Oh mein Gott! Okay! Uh! 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 Oh! Das gefällt dir nicht so, ne? Zack! 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 Oh, wow! Oh, wow! Ah, nein! Was ist denn denn gedodget? Oh! Oh, scheiße! Ich muss... Oh! Ich muss herausfinden, wie man sich teleportiert! Aber erst mal muss ich... Steht das Switch! Oh nein! Nein! Oh, so ein Mieter-Waste immer! Oh ja, C18 ist was verdient! Oh, oh! 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 Oh, du Wichser! Er... ...aktiviert einfach seine Level 3 und trifft damit! Oh! Oh Gott! Ja, und das passiert, wenn man mit einem Level 3, äh, äh, den finalen Schlag macht! Dann zerstört man so ein bisschen Bullshit! Oh, ja! Oh, nein! Wow, 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 wow! Ah! Oh, crap! Oh, crap! Okay! Diesmal sieht das gar nicht gut aus für mich! Oh! Ja! Das war's! Das! Wird's gewesen sein! Fh! Ich bin einfach zu gehypt. Ah, ich bin zu scheiße. Kann ich ein Replay haben? Also ein Rematch? Bitte? Oh yes, oh yes. Es hat so lange gedauert, bis ich ein Match finde. Jaaaaah! Oh! Oh, oh, oh! Oh, der Boy! Ah! Oh shit! Oh nein! Oh crap. Danke sehr gerne. Yo! Let's go! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! There. Ja, let's go. Oh, tschüss. Schade, ich dachte, ich hätte voll getroffen. Oh, let's freaking go. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. das ist das aber es ist der die auch das vor das er hat das das Was sagt er da? Bazinga? Nein! Oh, bitte sei in der Motion, Alter! Ein Wichser! Oh ja! Oh ja! Oh nein! Oh ja, okay! Oh, das Game ist so hart und schneller! Oh nein! Ich will die ganze Zeit fucking Crossup machen und dann in meine Level 3 rein! Oh, ich mach einfach! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oder ist er gegangen? Ich hab's jetzt nicht richtig gesehen! Ah, der Wichser! Okay! 2 von 3 Matches hab ich gewonnen! War jetzt nicht so Premium mein Gameplay! Ähm, traurigerweise muss ich sagen, dass ich mit C18 gar nicht so geil war jetzt Ähm Aber ich behalte mein Team, glaube ich, bei Und Ich suche einfach hoffentlich mal den nächsten Fight Oh Gott, das Spiel ist so geil Ah Okay, er wollte nicht, dann werde ich erstmal meine Kampfanfrage zurückziehen und mir ein anderes Team aussuchen, dachte ich mir Und zwar hätte ich ganz gerne Ein Team, was besteht aus Äh Jetzt lass mich nicht lügen Ich hätte gerne Ich hätte gerne Cell drin, auf jeden Fall Ah, ich kann, ah, seine Farben, ich weiß nicht Nehmen wir die hier Äh, doch da So, dann hätte ich Ähm Äh, ja, 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 ja Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir Bu Wir nehmen, wir nehmen Bu Wir nehmen Bu, aber Ja, doch schon, schon Classic Nappa ist auch irgendwie so ein bisschen random, finde ich Drin, aber es gibt ja auch die Ginyu Force, die noch reinkommt Und Goku Black und, ach, Leute, habt ihr nicht gesehen Ähm Wir nehmen Freeza Bei Freeza seine Level 3, der wird dort zu Gold Freeza Dann kann er mit auch ein bisschen abfacken Aber Äh Nehmen wir noch Piccolo rein Das ist dann für dich, äh, Bruderherz an Anodi Er hat in diversen Dragon Ball Spielen Er war irgendwie immer irgendwo, äh, Piccolo Main So, dann nehmen wir das Team Cell, Bu und, äh, Piccolo Yes Oh, let's go Er hat Krillin im Team Oh, super Das ist für Otaku 2020 auch sein erstes Match, wie wir gesehen haben Kein Match gemacht, kein Match gewonnen oder verloren Oh, Cell in Blau, sieht der, oh mein Gott, sieht der gut aus Oh, du Schwein, ich wollt mir das angucken Oh, das wird mir so Oh, 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 oh Die Perrie Schläger, dude Oh, das wird mir so leid tun für ihn Oh Gott, das, oh, das wird mir so leid tun Oh, er weiß nicht, was man macht Oh, das wird mir so leid tun Aber anschein... Das war Level 3 sein Bitte lief nicht, bitte lief nicht Pass auf, pass auf, pass auf Warte, warte, warte Warte, 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 warte Okay, okay, okay Oh, 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 oh Okay Let's go Oh, ich glaub ich muss mehr am Rand stehen um ihn wirklich zu, äh... ...zu, äh... Okay, ich versuch das jetzt in dem Fall Äh, wir wechseln mal auf Pico nur Ho, ho, ho Nice Oh, schön Schön, Otaku Oh, der Overhead Uh, mit Grenades, Alter Gut Oh Aber das hat auch nicht zerstört, Alter Okay, Bu, du darfst Ah, ich wollte Bu haben Da ist er Ho, 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 ho Sieben Bars Let's go Oh, Gott Ah Oh, was war das? Level 3 Level 3 Oh, ho, 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 ho Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ähm, 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 Builds. In, 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 in. Oh, schönes Rosa vielleicht. Äh, ja, dann packen wir mal Freeza noch rein. In, oh, guckt euch da dann, jede schöne Farbe. Ich will Nappa nicht. Okay, wir haben jetzt noch die Auswahl zwischen, äh, Son Gohan. Obwohl das wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig werden könnte. Wir haben den Resident Level 3 gesehen. Das war, äh, das Doppel-Kamehameha mit, äh, Goten und, äh, Son Gohan. Äh, Nappa weiß ich nicht. Nehmen wir, nehmen wir Krillin mit rein? Ich mag Nappa einfach so gar nicht. Deswegen nehmen wir Krillin einfach mit rein. Das ist doch auch ein super geniales Team. Peros, Freeza und Krillin, Mann. Oh, der Soundtrack, der Artstyle. Oh, mein Gott, Leute. Oh, special intros. Also, zumindest, äh, special dialogues. Oh, yes. Yes, bin ich. Und ich, äh, so nebenbei, ich muss sagen, es läuft online halt echt geil. Oh, was ist das? Ich hab Beerus halt immer noch nicht gespielt. Oh, der Arme, er weiß auch nicht, dass man mal, oh, nein. Oh, nein. Oh, Mann. Oh, oh, ja. Oh, ho, ho, ho. Okay. Vielleicht, äh, ziehe ich meine Aussage zurück. Wow, 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 wow. Dude. Warte, bevor du Beerus jetzt platt machst, gibt's erstmal Zeit für den Level 3, Alter. Oh, ho, 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 ho. Alter. Ah. Oh, mein Gott. Er hat Beerus einfach ausgekickt. Oh, Krillin ging zu Goku. Oh, mein Gott. Wer hätte gedacht, dass das Match-Up einfach stärker ist. Dass Krillin einfach OPS fuck ist. Einfach zu Goku mit zwei Kicks ausgehauen. Ah. Er holt einfach meine, 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 meine Boots. Und ich kann gerade nicht switchen. Oh, ist ja wieder. Oh, Freezer. Oh, Gott. Seine Farbe ist ja einfach genial. Also, ich zeig dir mal was, Alter. Oh, jetzt bin ich nicht Gold-Freezer, sondern Kack-Brown-Freezer. Alter, ist das eklig. Die Farbe von dem Rockshits. Uh. Okay. Ich wollte mich eigentlich gerade beschränken, dass ich hier eigentlich geblockt habe. Aber ist ja scheißegal. Oh, okay. Okay, anscheinend weiß er doch ein bisschen was gemacht. Aber der haut die ganze Zeit meine, meine, meine Dudes raus, Alter. Oh, shit. Oder er masht einfach nur irgendwas. Und hat einfach krass, krass viel Lackgrad. Oh, Gott. Okay, nice. Freezer bleibt in einem Stead. Oh. Los, Krillin! Gerno! Yes. Krillin! Dein Viereck ist stark, Alter. Oh. Der springt doch nicht vor rein. Krillin! Oh. What are you doing? Oh, that's not how you... Brawl, Alter. Ja! Krillin! Oh, lol, Alter. Der tut. Ich dachte mir, Alter, der schießt das voll und dann macht er sowas hier. Oh, 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 oh. Oh, oh, mein Gott. Yeah! Oh, ich hoffe, man kann hier auch Mr. Satan spielen, ey. Der wird gemaint, der Typ. Oh, Energy Discus. Schön daneben laufen. Oh, oh, no, 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 level 3. Oh, ich finde da mal. Jo. Da ich mich gerade angegriffen habe. Boah, hoho. Tschüss. Wo kämpfen wir gerade? Là, Mac? Okay, war mal, glaube ich. So, und das ist das coole. Wir sind die Stage dann zerstört und sie bleibt dann so. Mega gut. Oh nein, tschüss, als ich zurückverwandelt. Macht aber gar nichts. Komm runter da. Ich glaube nicht, dass ich das noch irgendwie schaffe. Bisschen Glück vielleicht. Gott, war einfach ein bisschen. Ja! Ja! Ich bin Kakyo, ich bin Kakyo. Wie der Screen einfach voll ist, wenn die ganzen Helferlein da sind. Das ist dann auch schon extrem krass. Oh, bitte, bitte. Yes! Oh, der Hit! Let's go! Oh! Süß! Ich dachte, ich wäre das einfach easy-goig. Tschüss von Goku! Nice. Viel Spaß an... Viel Spaß an der Hand kommen, Alter! Das ist jetzt schon mal zu sagen. Er hat richtig Probleme. Oh, shit! Oh, Virus. Oh, shit! Oh, Virus. Oh! 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 Thomas, tu was! Ah! Nein! Okay. Dann verbraucht das eigentlich gar keinen Litern, wenn er die ganze Zeit meine Dudes da weghaut. Im letzten Fight war er aber halt ein bisschen stärker hier, ne? Unser Kollege. Oh, okay. Zack, zack, zack! Oh nein! Oh, Krillin, deine große Stunde jetzt! Oh, die Hellenspirale! Oh Gott, was hab ich getan? Nicht das, was ich wollte! Jetzt, er wird rein, jetzt! Oh! Krillin! Oh, du Monster! Oh, Baby! Oh, Krillin ist cool! Shit, ich dachte der wäre irgendwie total low hier! Ist er jetzt gegangen? Oder wollte er noch einen? Ich glaube er ist gegangen. Okay, das soll's dann auch eigentlich gewesen sein von der Dragon Ball Open Beta. Wenn ihr das Video seht, die Beta läuft noch bis morgen. Ich glaube heute ist der 15., ne? Ja. Die Beta läuft noch bis morgen. Also bis zum 16.01. ist for free auf der PS4. Ich weiß nicht, wie es auf dem PC aussieht, da hab ich mich nicht informiert. Wann genau das Spiel rauskommt, weiß ich nicht. Wird leider am Vollpreistitel. Das heißt 60 bis 70 Euro, je nachdem wo man sich das Spiel holt. Und ja, ich hoffe ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Monat dann bei Dragon Ball FighterZ wieder. Und ja, ich hoffe ihr seid dann auch dabei. Also bis dahin bei Sparix. Tschüss, ciao und Toodaloo!